Ich muss sagen, das gesamte Umfeld ist hochspannend. Ich komme selber aus der Luftfahrtbranche. Wir fertigen hochkomplexe Strukturbauteile, auch auf WFL-Maschinen und es hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan und ich bin jetzt hier, um mir einfach neue Anregungen zu holen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Insbesondere was maschinenintegrierte Messtechnik angeht und was Automatisierung angeht. Als frischgebackener Neukunde der WFL sind wir natürlich interessiert und mit den Technologien und der Firma auseinanderzusetzen und das kann man sich hier bei so einer Hausmesse super anschauen. Für uns war die Zusammenarbeit mit der entscheidenden Faktor, warum wir uns für WFL entschieden haben. Wir haben tolle Erfahrungen gemacht mit der Technik, aber auch mit dem kaufmännischen Bereich und dem Vertrieb. Es ist alles sehr familiär, kompetent auf allen Ebenen. Also wir sind bis jetzt rundherum glücklich und hoffen, dass das so bleibt. Bis zum nächsten Mal.